Zweites Rennen des Nachmittages, es geht um Platz 3 und 4. Extra-Divers auf Bahn 1 gegen die Bunte Tüte auf Bahn 2. Tüte auf Bahn 2. Anstatt 4. Achtung nach Bahn 2. Achtung nach Bahn 1 für Bahn 1. иться. Bernd 2. Künstler 1. Ressort 1. Ressort 1. Start ist erfolgt, Platz 3 und 4, Titelverteidiger des letzten Jahres, die Extra-Divers gegen die bunte Tüte. Untertitelung des ZDF, 2020 Von hier aus sieht es aus, er seien die Boote gleich auf. Noch 100! Platz 3 oder Platz 4? Platz 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Halt! 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 Degas, extra Divers. Damit haben wir heute auf Platz vier die Bunte Tüte mit einer Zeit von 1,45. Und Glückwunsch an die extra Divers auf dem dritten Platz mit einer Zeit von 1,41. Dritter Platz extra Divers. Vielen Dank.